Der amerikanische Pastor John MacArthur ist auch in Deutschland wohl bekannt, nicht zuletzt aufgrund seiner weit verbreiteten Studienbibel. Jetzt hat der Gemeindeleiter zum Widerstand gegen den Staat aufgerufen. Ausgangspunkt sind die momentan Corona-Einschränkungen in Kalifornien. In einer zwischenzeitlich auch auf Deutsch übersetzten Stellungnahme forderte er dazu auf, sich über die staatlichen Versammlungsbeschränkungen hinwegzusetzen, Weil er als Theologe natürlich weiß, dass Christen eigentlich verpflichtet sind, sich den Ordnungen des Staates unterzuordnen, besteht der größte Teil seiner Ausführungen darin, genau diese Anweisungen Gottes beispielsweise in Römer 13 zu relativieren. Obwohl das eigentlich von niemandem wirklich in Frage gestellt wird, betont MacArthur immer wieder, dass in der Gemeinde die Ältesten und nicht der Staat zu bestimmen haben. Keiner der staatlichen Vorgaben zu Corona aber fordert etwas anderes oder relativiert die geistliche Verantwortung der Ältesten, weder in Kalifornien noch in Deutschland. Keine Corona-Verordnung verbietet christliche Glaubensgrundsätze oder ganz allgemein das Christsein. MacArthur fordert zu einem Entweder-Oder auf, das es so eigentlich gar nicht gibt. Vollkommen sachfremd führt er dann auch noch religiöse Einmischungsversuche des Staates während der Reformationszeit an. Dabei handelte es sich damals um eine grundsätzlich andere Situation, in der konkrete Glaubensinhalte verändert werden sollten. Vollkommen unrechtmäßig begründet MacArthur seinen Aufruf zum politischen Ungehorsam mit der biblischen Aufforderung, Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diese Aussage findet sich zweimal im Neuen Testament. Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 5, Vers 29. An beiden Stellen geht es um ein pauschales Verbot, weiter über Jesus zu reden. Diese Anordnung der Obrigkeit wird dann deutlich zurückgewiesen. Der Christ ist von Gott eindeutig beauftragt worden, über sein Glauben zu sprechen. An dieser Stelle steht Gottes Anordnung natürlich über dem staatlichen Verbot. Die wichtige Frage aber muss jetzt lauten, gibt es eine biblische Verpflichtung zur Abhaltung von Großveranstaltungen? Die gibt es selbstverständlich nicht. Die jetzigen Einschränkungen von großen Menschenansammlungen sind keine Maßnahmen zur Unterdrückung des christlichen Glaubens, wie MacArthur suggeriert. Die gesetzlichen Verordnungen sind ganz eindeutig. Alle größeren Veranstaltungen sind untersagt, bis die Corona-Infektionszahlen dauerhaft zurückgegangen sind. Bars, Kinos, Discos, Fitnessclubs, sogar Schulen müssen in Kalifornien bis auf weiteres geschlossen bleiben. Nichts lässt erkennen, dass christliche Gottesdienste das eigentliche Ziel dieser staatlichen Schutzverordnungen sind. Ganz im Gegenteil spricht sogar alles dafür, dass es sich hier um eine Maßnahme des Gesundheitsschutzes handelt. Natürlich kann MacArthur die staatliche Einschätzung der Gefährlichkeit von Corona bezweifeln. Vielleicht hat er damit sogar recht. Diese Einschätzung gibt biblisch gesehen aber noch lange keinen Freibrief, staatliche Anordnungen einfach zu ignorieren. Die in der Bibel geforderte Unterordnung bezog sich auf einen Staat, der Menschen unterdrückte, versklavte, ausbeutete und unrechtmäßig tötete, Christen massiv benachteiligte und den Götzendienst förderte. Trotzdem wird die Gemeinde in der Bibel nicht zum rechtsfreien Raum erklärt, in dem die Ältesten generell über den staatlichen Vorgaben stehen. Alles, was in der Gemeinde entschieden wird, soll nach John MacArthur allein von den Ältesten bestimmt werden. Ohne jedes Mitspracherecht des Staates. Mit dieser Argumentation schafft MacArthur in der Gemeinde indirekt einen rechtsfreien Raum. Hier hat der Staat nichts mehr zu sagen, sondern nur die Ältesten wiederholt MacArthur beständig. In der Konsequenz hätte eine solche Regelung fatale Auswirkungen. Gemeinden könnten Mitarbeiter nach Belieben entlassen, weil in der Gemeinde kein staatlicher Kündigungsschutz mehr gilt. In der Gemeinde durfte dann gebaut werden, wie es einem gefällt, weil auch die Brandschutzvorschriftung christliche Versammlungen möglicherweise beeinträchtigen könnten. Älteste könnten sich, wie leider schon passiert, aus der Gemeindekasse bedienen, weil es keine Macht mehr gibt, die in diesen Fragen über ihnen steht. Staatliche Anordnungen einfach auszuhebeln, weil sie einem nicht gefallen, ist kein ehrlicher Umgang mit den Forderungen des Wortes Gottes. Dazu auch noch Bibelferse zu missbrauchen, ist reichlich problematisch. Ganz im Gegenteil, wird in der Bibel sogar gefordert, dass der Älteste auch in seiner Unterordnung unter den Staat vorbildlich sein soll. 1. Timotheus 3, Vers 7 und Titus 3, Vers 1 Jesus und Paulus haben unmissverständlich zur Unterordnung unter den christenkritischen Staat aufgefordert. Als Paulus Römer 13 schrieb, regierte der diktatorische Nero, der später sogar Christen foltern und töten ließ. Trotzdem fordert er deutlich dazu auf, sich auch diesem Staat unterzuordnen, weil er von Gott eingesetzt ist. Römer 13, Verse 1 bis 7 Auch die Christen der ersten Jahrhunderte betrachteten die Gemeinde nicht als rechtsfreien Raum. Sie ordneten sich bereitwillig einer ungerechten, gottlosen Regierung unter. Nur wenn der Staat etwas von ihnen verlangte, das eindeutig im Gegensatz zu Anordnungen Jesu stand, dann weigerten sie sich mutig. In der Bibel gibt es aber keine Verpflichtung zu Großveranstaltungen. Das kalifornische Verbot betrifft weder das Bibellesen noch das Beten oder die Treue in der Ehe. Zu Hause kann man singen, solange man will. Im Internet gibt es tausende guter Predigten, die man sich ohne staatliche Einschränkungen anhören kann. Private Besuche von Christen sind weiterhin erlaubt. Und so weiter. Nicht der Glaube wird in Kalifornien verboten, sondern große Menschenansammlungen, wie die Gottesdienste in MacArthur's Megagemeinde mit rund 9000 Besuchern. In seiner ganzen, von Bibelfersen durchzogenen Darstellung bleibt MacArthur die eigentliche Begründung schuldig, nämlich wo in der Bibel eindeutig die Abhaltung von Großkonferenzen und Gottesdiensten in Megagemeinden gefordert wird. Diese Bibelfersen gibt es natürlich nicht. Leider gibt MacArthur's Statement keine Auskunft darüber, ob er auch die Verantwortung für diejenigen übernimmt, die sich in den von ihnen organisierten Veranstaltungen anstecken, ins Krankenhaus kommen oder sogar sterben. Konsequenterweise müsste er eine solche Zusage abgeben. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass genau das tatsächlich schon passiert ist. Gläubige haben sich auf christlichen Großveranstaltungen angesteckt, einige mussten daraufhin wochenlang ins Krankenhaus, andere starben sogar. Bei John MacArthur's Auffassung zum staatlichen Ungehorsam drängt sich der Verdacht auf, dass er hier in erster Linie im eigenen Interesse spricht. Er ist der Veranstalter von Großkonferenzen und der Pastor einer Megakirche mit 9.000 Gottesdienstbesuchern. Möglicherweise geht es in seinem Aufruf weit weniger um die Anordnungen Jesu als um das Geschäftsmodell der Grace Community Church. Auch schon in der Vergangenheit hat John MacArthur deutliche biblische Aussagen uminterpretiert, weil sie nicht zu den Interessen seiner Gemeindearbeit passten. Weil es beispielsweise auch in seiner Gemeinde einige Geschiedene gibt, schwächte er das strenge biblische Scheidungsverbot einfach ab. Weil er in der Gemeinde mit Eltern zu tun hat, deren Kinder schon früh verstarben, erklärte er Kleinkinder generell als gerettet, auch wenn er dafür keine wirklichen biblischen Belege anführen konnte. Wenn der Staat den Glauben verbietet oder untersagt zu beten, Bibel zu lesen, christliche Lieder zu singen, von Jesus zu erzählen und so weiter, dann gilt natürlich, Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn aber zeitweilig lediglich Großveranstaltungen verboten werden, einschließlich christlicher Gottesdienste in Megagemeinden, ist das wohl kein legitimer Grund, zum Widerstand gegen die Regierung aufzurufen.